Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jo, wie ihr seht, wir sammeln hier schon fleißig Sachen ein. Jo, und schauen, dass wir heute hier weiterbauen bei unserem schönen Floß, würde ich mal meinen. Jo, ich glaube, das wäre mal ein schöner Plan für heute. Was ich noch gerne machen möchte, ist hier noch die Netzreihe vervollständigen. Und vielleicht hier so ums Eck herum noch zusätzlich. Und dann einfach nochmal so, wie hieß das Zeug? Oh, warte, da kommt fast. Habe ich so ein... Irgendwie ist das kaputt. Nein, hier. So. Ich dachte, das wäre eingegangen, dabei habe ich es verschoben. So. Muss ich mal wieder kurz husten, Entschuldigung. So, ähm, ja. Also das, äh, also unser... Unser Schifflein möchte ich gerne weiter mal ausbauen. Das wäre mir ein großes Anliegen. Nur habe ich das Gefühl, wir triften hier ziemlich stark ab. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. So. Will in die Richtung. Mehr in die Richtung. Mehr in die Richtung. Geht schon? Na? Äh, jetzt auch. So. Weil ich möchte auch gerne das Fass hier haben. Ja, das ist schon besser. So. Können wir wieder wegtun. Genau so wollte ich das haben. Ähm. Einfach schön in die Müll... Ähm. In den Müllstrom rein. Ist die Musik zu laut? Ich hörte weil nur Musik. Ich hoffe, das passt so. Ähm. Sonst mache ich die Musik noch ein bisschen weg. Warte kurz. Warte. Warte. Das war falsch. Ähm. Einstellungen, glaube ich, hier. Na? Bla, 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 bla. Da. Musik. Tun wir mal. Ha? Ich würde sagen, so. Ha? Ich glaube. Und zurück zum Spiel. Ich glaube, so ist okay. So. Also wie gesagt, wir brauchen dafür natürlich Materialien. Einen Haufen davon sogar. Einen richtigen Haufen. Und, ähm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fröhliches Bauen. Zack, zack, zack. Fällt die, fällt das Fass hier rein? Ich hoffe, dass es hier landen wird. Ähm, was ich noch bauen möchte, sind Netze. Noch ein paar. Ähm, wie gesagt, weil ich gerne hier noch voll machen möchte. So. Das Fass brauche ich. Ich hoffe, ich kriege es noch. Jawohl. War klar, ne? Ich habe schon... Kann ich... Sprinten wäre mal schön. Das ist, glaube ich, nicht mehr zum Retten. Ähm. War klar. Und hungrig sind wir auch schon wieder. Alter Schwede. So, dann würde ich sagen... Dann snacken wir halt wieder mal eine Runde, ne? Die Kochstation müsste ich jetzt auch mal, ähm, verbessern. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So. Was? Ach so. Ja. Ähm. Blanken platzieren. Den haben wir genug. Bille Süßwasser. Gleich mal wieder gießen. Und noch ein Becher für uns zum Saufen. So, ist fein. Ähm. Äh. Halt. Äh. Da. So. Jetzt haben wir es. Alter Schwede. So. Und nochmal hier. Passt. Ähm. Ich sehe gerade, da kommt wieder ein Fässchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in unserem Netz landen wird. Es... Nein. Gerade so vorbei. Das heißt, ich müsste noch das Schiff ein bisschen breiter machen. Dass es bis darüber reicht. Ja. Ja. Aber egal. So. Wir sind noch immer hungrig. Habe ich Planken. Keine Ahnung. Und ich brauche noch mehr Saatkistern. Da brauche ich noch eindeutig viel. So. Mahlzeit. Und gleich die nächste Kartoffel. Aber ich glaube, so geht es ganz gut jetzt momentan. Kriege ich das Blatt? Wahrscheinlich nicht. Da muss ich wieder husten. So. Jawohl. Volltreffer. Also das bringe ich echt selten zusammen. So. Wie gesagt. Material sammeln. Ich hoffe, dass ich noch ein Netz zusammenkriege für hier. Jawohl. Sehr gut. Jetzt bin ich sogar ein bisschen glücklich. So. Passt. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Das passt schon so. Gut. Wir sind nach wie vor hungrig. Wie ein Wolf. Die frisst ihr mehr. Also. Wenn ich so viel. Ich kann gar nicht so viel essen. Ich bin zwar nicht die schlankeste Frau der Welt. Das gebe ich gerne zu. Aber so viel fressen wie die kann ich überhaupt nicht. Hm. Sollen wir uns das Ding da drüben holen? Wäre nicht schlecht, gell? Vielleicht sind die Scharniere dabei. Hui. So. Ich hoffe, das passt so. Müssen wir ein bisschen vom Müll wegdriften. Und dann hoffe ich, dass wir, ähm, ja, quasi wieder zurückkommen. So. Das ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Ich möchte auch gerne mehr von diesen Fackeln hier bauen. Weil es ist schon nachts sehr dunkel. Und ihr armen Leute seht ihr überhaupt nichts mehr. Ähm. Wo habe ich denn das? Ich glaube, das war hier dabei. Eine Laterne. Schrott. Wir brauchten schon Schrott, bitte. Pff. Ja. Schön. Und ich brauche eine Setzkiste. Die war hier, glaube ich. Die hier. Auch Schrott. Ach, du Heilige. Und Scharnier, ne? Ja, ja. Pff. Ja. Ich brauche überall Schrott. Das ist fürchterlich. So. Und Scharnieren haben wir bekommen. Rezept Fischeintopf. Einfacher obendrein. Ja, cool. Passt. Also ein Merksatz an uns. Wir müssen immer schauen. Bei die Setzkiste wäre es echt cool, wenn ich die mitnehmen dürfte. Kann ich da was zusammenschlagen? Das würde nichts bringen, ne? Naja, egal. Dann wenden wir das Ganze wieder zurück. Zu unserem Müll. War das richtig? Ich hoffe. So. Ähm. Ich brauche was zum Saufen. So. Und nochmal. Gluck, gluck, gluck. So. Alter. Ich höre ihn. Wo ist er? Hä? Äh. Hä? Hä? Also irgendwie kommen wir da nicht weg. Ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, das liegt daran, dass wir momentan keinen Wind haben. Kann das sein? Tschüssi, du Mistviech. So, was mein Hammer. Ich muss reparieren. So. Ich gehe gleich wieder alles durch. Bevor wir hier noch absaufen. Halt. Achso. Das war nur zum Öffnen. Ja, ja. Tap, 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 tap. Da hört man meine Blattfüße ganz gut. Derweil schaut es aber noch gut aus, glaube ich. Okay. Man kann die Schrift fast nicht lesen. Hallöchen, ihr Lieben. Hm. Vielleicht, wenn ich ein größeres hätte, dass es dann besser sichtbar ist. Das wäre logisch. Na loko. Oh. So, geht mein Plan auf. Weil irgendwie sehe ich hier keinen Müll. Keinen Müll, keinen Müll. Hm. Vielleicht hätte ich mich zur Insel bewegen sollen, die da hinten war. Egal. So. Was möchte ich denn bauen? Ähm. Das wäre interessant. Fundamentrüstung. Aber da brauchen wir halt Metallbahn. Die habe ich halt natürlich nicht. Und was ist eigentlich so ein erhöhter Boden? Aha. Okay, dass man halt wirklich tatsächlich einfach nur ein bisschen höher ist. Okay. Na gut. Ich sehe gerade da hinten sehe ich Müll. Ich habe, glaube ich, gerade... Ah, falscher Knopf. Ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen Kunststoff gesehen da hinten. Das heißt, ich versuche mal da hinten zu schippern. Ähm, ja. Das Dach braucht man nicht. Ich hätte gerne hier diesen Boden. Ich weiß nicht, warum das da nicht geht. Vielleicht muss ich das nochmal zusammenschlagen. Dass es jetzt geht. Hm. Nö. Weil hier ging es reibungslos, ne? Wobei hier... Ah, hier geht was. Warte. Vielleicht klipse ich das immer falsch an. Das hauen wir mal weg komplett. So. Holz hätte ich genug. Vielleicht muss ich raufgehen und dann bauen. Hm. Hm. Aha. Da geht's wieder. Ähm. Muss ich das verstehen? Mich hätte es gerne hier so verbunden gehabt, ne? Ob das hier vielleicht eine falsche Fläche ist? Ob es jetzt geht? Nö. Ah, ich drifte neben vorbei. Halt. Halt. Ich fahre da neben vorbei. Halt. So. Geht das nicht. Ich müsste mich sowieso mal komplett drehen, ob das möglich ist. Am besten wäre sowieso ganz rundherum mal so eine Netzpartie zu machen. Ah, ich mache das verkehrt herum. Hoppala. So. Mal zur Insel wäre nicht schlecht. Da möchte ich schon gern hin. Ah, wenn das so ist, ich müsste mich drehen. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Hm. Vielleicht schon mithilfe der Insel. Mal schauen. Gucken wir mal. So, hungrig sind wir, glaube ich, auch. Habe ich einen Anker gebaut? Ich glaube nicht. Weil mir halt schon wieder Seile fehlen, einen Haufen. Ah, ich stecke schon wieder fest. Boah, nicht reinputzeln. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Ist schon gut. Hör auf. Mach Platz. Tschüssi. Ähm. Wo ist das hin? Da. So. Panik. Panik. Hier. Na, warum geht das nicht? Hallo? Äh. Ah. Super gemacht. Zocki, super. Wieso geht das jetzt nicht? Hey, will mein Anker? Hallo? Das geht nicht mehr. Oh no. Warum? Ich habe kein Glück. Oh no. Warum klappt denn das mit dem Anker jetzt nicht? Den konnte man doch immer so schön Glas am Rand hier platzieren. Wie fies ist denn das jetzt bitte? Boah. Das ist echt gemein. Na gut. Ähm. Pech, ne? Dann würde ich mal sagen, wie schaut man hier jetzt aus? Ähm. Hier zum Beispiel, da war auch noch Schrott. Hier hatte man Scharniere gebraucht. Seil. Das passt. Dann stellen wir wieder mal so eine große Pflanzkiste her. So. Ähm. Ähm. Ich würde sagen, so. Und da möchte ich gerne die Mango, oh Gott, ich bin hungrig, ähm, essen. Ja, ja. Essen. Essen. Mampfen. So. Und so. Natürlich ernten wir da. Zack, zack, zack. Wo ist meine Kartoffel? Da ist Kartoffel. Äh, die wollte ich gerade nicht essen. So. Ähm. Da sind ein Haufen Kisten. Ich bin leicht überfordert. Man merkt's. So. Kisten, sag ich schon wieder. Fässer. Ein Fass voll Glück. Sehr gut. Das Fass muss ich mir auch noch holen. Jawohl. Leider kein Schrott dabei. Aber ich glaube, ich bin schon wieder blöd. Wir haben hier hier einen Haufen Schrott. Genau, ist mir gerade wieder eingefallen, wo es eh schon wieder fast zu spät war. Aber, ähm, die Planken können doch stecken. Was soll der Scheiß? So. Hier haben wir Rezepte ein paar. Bolzen. Ähm. Ja. Sie wünschen. Das brauche ich auch. Ich brauche Seile. Oh, das erwische ich nicht mehr. War klar. Aber jetzt vielleicht. Jawohl. Ähm. Genau. Ich will hier was anbauen. So, wo waren die Sämlinge? Nein, hier waren die Früchte. Da. Nein, hier waren Früchte. Zocki. Aber hier. Ähm. Wassermelone. Palm. Mango. Hier sie. Was? Was war das gerade? Ich habe es gerade nur scheppern gehört. So, ähm. Ähm. Äh, äh, äh. Oh, ich bin schon wieder am verdurschen sogar. Das ist sehr gut. So. Prost. Alter. Ich bin alleine. Verstehst? Da habe ich... Ich bin jetzt gar nicht mal zu zweit, ne? Und bin schon am sterben die ganze Zeit. Ähm. Manchmal ist es echt schwierig. Wo ist denn das jetzt? Ähm, hier. So. Mahlzeit. Mahlzeit. So, ich muss mich da jetzt kurz mal zack, zack mehr. Jawohl. So, nochmal. Sehr, sehr gut. Auch das Fassel brauchen wir. So. Hervorragend. Leider, leider, sagt der Schneider, haben wir da kein... Ähm. Kein Schrott. Aber wird schon werden. So. Ich könnte hier mal ernten. So. So. Halt. Was? 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 Wär auf. Schnell raus damit. Ähm. Panik. Panik. Ich brauche Seile. So. Der Zauber. Her damit. Komm her. Fuh. Alter. Halt den Fass. Servus. Jawohl, Schrott. Geh weg. Halt Haifisch. Alter, das ist viel zu viel Arbeit. Mist, Viech. Musste mal gesagt werden. Ähm. Eine kleine Pflanzkiste würde ich brauchen. Eine kleine Pflanzkiste würde ich brauchen. Ich mach gleich mal zwei. So. War schon schön langsam, ne? Ähm. Habe ich hier dann Probleme. So. Und eine mittelgroße wäre cool. Die hier. Für Ananas, ne? Ähm. Jaja. Passt. Falsch. Wo kommt die Kokosnussette? Gehört dahin. So. Ich habe hier noch ziemlich viele Rüben sogar. Ich habe gar nicht so wenig zum Essen. Naja. Also wir brauchen zwei Ananas-Sämlinge. Und dann brauche ich auch auf alle Fälle brauche ich Was wollte ich sagen? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm. Weil das wie auf alle Fälle bin ich jetzt gerade gekommen. Ähm. Eine Vogelscheuche brauchen wir. Genau. Das wollte ich sagen. So. Dass wir hier ein bisschen an Schutz haben vor die ekelhaften Möwen. Ähm. Und eine noch. Ähm. So. Ich hoffe das passt. So. Dann brauchen wir Wasser. Habe ich jetzt Wasser? Ja. Ja. Passt. Und nochmal. Ich brauche Fackeln. Ich brauche alles. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe da was. Oh. Bekommen. Sehr, sehr gut. Da war noch eine. Irgendwo. Da. Oh je. Jawohl. Schwein gehabt. Mit Schrott. Das ist super. Ähm. Wozu ich den Eimer brauche habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich bin es mal gewillt einzubauen. Ich vermute mal, dass ich hier größere Mengen und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was man mit dem macht. So. Passt. Dann. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Habe ich irgendwo Platz? Ich tue in der Wahl hier rein. Oder dass man da ist besser. Okay. Wir haben... Ich brauche noch was zu essen. Ich bin aber ich am sterben. Ähm. Hat das jetzt nicht hingehauen? Nein. Gott sei Dank. So. So und so. Na. Geh weg da. Viech. Schleich dich. Ich warte jetzt noch schön brav. Dass unser Trinken fertig wird. Dass ich nicht verdurschen muss. Dann wird auch Zeit, dass wir fischen. Alter. Der Part geht so schnell vorbei. Und ich habe nichts zusammengebracht. Das ist halt schon ein bisschen übel. Oh. Ich sehe was. Ich glaube, die Richtung passt. Fast. Ähm. Na nü. Hallo. Jetzt. Boah, der Wellengang ist auch sehr laut, gell? Ha? Da klopft jemand. Hallo. Hallo. Ähm... Laterne, stelle ich auch mal eine her. Ich würde sagen... Da so. Ja, das ist schon mal schlecht. Halt. Halt. Boah. Mann. Ah. Was machst du denn? Du Schief. Ach. Irgendwie haut das gerade überhaupt nicht hin. Ist es jetzt besser? Alter, dieser Wellengang, ne? Da bräuchte ich schon bald zwei von denen, damit da was vorwärts geht, oder? Alter. Ah. Ich will da hin. Ich will da hin. Hallo? So. Irgendwie haut das überhaupt nicht hin. Aha. Jetzt bin ich hungrig schon wieder. So. Mahlzeit. So. Ich muss mal was ernten. Die Kartoffeln. So. Geht's jetzt schon bald? Nein. Ach, weißt du was? Hupf in Gatsch. Echt. Hupf in Gatsch. Da fahrt er rüber und dann ist gut. Wieder rüber zum Müll. Ist ja unglaublich. So. Hier wächst auch alles brav vor sich hin. Ah, den habe ich vergessen. Gießen. Sehe ich gerade. Jawohl. Das heißt, die müssen sofort gießen. So. Und da wäre auch ein Licht nicht schlecht. So. Ich glaube, das passt schon. Hörst du auf? Ja. Unglaublich. So. Ich muss wieder was trinken. Das ist ein bisschen generell zu laut, glaube ich. Warte mal kurz. Ähm. So ist gleich besser. So. Ui. Also ich muss schon sagen, das eitert schon in Arbeit aus, ne? Muss man schon mal sagen. So. So, bitteschön ernten. Da werden nochmal eine Rübe, würde ich sagen. Und zwei Kartöffelchen. So. Und einmal gießen. Und einmal Süßwasser. Äh, Salzwasser, so. Äh, essen. Und dann wäre Fischen nicht schlecht. Hä? Hallo? Ich schmeisch dir die Sachen weg. Mädel, das gehört sich aber nicht. So. Ui, Musik wieder mal. Schön. So. Das zudem. Dann würde ich sagen, nochmal Sammelnetze. Okay, da fehlt es mir an allem irgendwie. Das kann nicht sein. Allein hier haben wir schon genug Raffel. So. Das zudem. Ein bisschen Plastik tue ich jetzt trotzdem auf die Seite. Auch die Beeren. Warte, haben die hier irgendwo Platz? Nein. Eventuell bei den Blumen ausnahmsweise kurz mal. Ähm. Die Sämlinge gehen wir auch wieder zurück. Nicht, dass ich sie verliere. Den Hammer. So. Ui, ein Fesselchen. Supi. Ähm. So. Blanken fehlen. Das glaube ich aber weniger. Die müsste ich schon irgendwo haben. Glaube ich. Oder doch nicht. Dass ich keine einzige Planke mehr hätte. Nicht einmal gebunkert. Das ist traurig, ne? Aber egal. Ähm. Wir haben jetzt einmal ein Netz für uns. Ich möchte hier gerne nochmal, wie gesagt, ähm, so ein Sammeldingens machen. Und funktioniert schon. Siehst du? Hingestellt und Fass gefangen. Wunderbar. Okay. Der Part ist auch zu Ende. Sehe ich gerade so. Alter Schwede, ne? Eins geht noch. Wunderbar. Das möchte ich gern... Na, das wäre ich auch da oben hin pflanzen. So. Dann muss ich einmal fischen gehen. Und zwar ein Fass. So. Und das zweite Fass. Optimalerweise noch mit... Jawohl. Oh, das geht sich nicht aus. Jetzt aber vielleicht. Jawohl. Alter, alter, alter. Das ist Arbeit. Huh. Wo ist er? Der Mistviech. Na, der macht mir alles kaputt. Das Leiden eines Floßbauers. So. Passt. Jetzt habe ich bald nichts mehr. Ich muss mal reparieren anfangen, glaube ich. Alter. Ich habe auch kein Glück jetzt momentan. Sind Ananas fertig? Ja, prima. Zwei neue Sämlinge. Das gefällt mir. Die werden wir auch gleich gießen. So. Super. Ja, okay. Beenden wir mal den Part. Und im nächsten hoffe ich, dass ich... Ja. Er hat mir da alles kaputt gemacht. Das Arschkirche. Also wirklich muss das sein. Naja, vielleicht kann ich jetzt den Bug quasi beheben. Aha. Jetzt schaut es besser aus. Zumindest hier mal. Oder auch nicht. Ich habe Angst, ich habe ins Wasser fallen. Wo bin ich? Hier. Rüber? Ja, darüber kann ich überhaupt nicht bauen. Hm. Das ist auch ganz interessant. Hier rüber geht auch nichts mehr. Und da, das bleibt sowieso schlecht. Hier wird es wieder gehen. Ob das was mit der Wand zu tun hat. Wenn, dann muss ich den Zaun hier wegreißen. Und eine Wand bauen. Oder zumindest jeden zweiten. Oder jeden dritten. Dass ich hier das so lassen könnte. Warte, das probiere ich. Das probiere ich im nächsten Part. Ihr Lieben, das war es für heute. Jo. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 可愛. Tschüssi. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!